Hallo, ich bin Diego. Ich soll mich hier auf das Karussell setzen, das eigentlich für kleine Kinder gedacht ist? Was soll ich denn da drauf? Ich, ein ausgewachsener fünfjähriger Rüde mit dem Maulkorb? Naja, wenn Herrchen Spaß dran hat, setze ich mich halt. Herrchen zieht ganz leicht an der Leine. Und jetzt setzen sich die Straßen, Häuser und Passanten in Bewegung? Alles dreht sich um mich herum. Ich habe mal überreifes Obst gegessen. Das fühlte sich genauso an. Und anschließend wurde mir ganz schlecht. Und diese nervige Musik. Ich bin Rock'n'Roller. 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 Endlich hat er die Richtung gewechselt. Ich bin sicher, dass mir nichts passieren wird. Herrchen hat alles im Griff. Ich vertraue ihm halt, auch wenn er manche unsinnige Sachen mit mir anstellt. Und bei dieser Gelegenheit habe ich mit meiner Route den Boden um das Karussell gefegt. Ein typischer Straßenfeger eben. Endlich geht's weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Diego. Achtung.